Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch Part 4. Wir greifen den nächsten Bösewicht an und zwar ich zeige euch die geilste Waffe, den Weg zum Boss selber und welche Schwierigkeiten uns allgemein erwarten. So. Und wollen wir auch direkt loslegen. So. Wir nehmen gleich den nächsten. Wir überspringen nichts. Wir haben schon drei hingerichtet. Scrandle Bruder. Die nehmen wir vor. Also das wird ziemlich spannend sein. Das kann ich euch garantieren. Denn es gibt eine neue Waffe, die wir kriegen und die hat in sich. Eventuell die beste Waffe. Das wollen wir mal sehen. Bleibt dran. Übrigens der Weg zum Boss ist ziemlich lang. Und natürlich viel Gelaber. Nicht zu vergessen. Genau. Ja. Jetzt erzähl uns was. Oh. Es war verrückt. Alle anderen wurden wieder entschlägt, wenn du dir das glaubst. Ehrlich gesagt? Ich glaube, sie lieben, sich entschlägt. Ich bin nicht wirklich interessiert. Aber wo sind sie? Sie werden losgehen. Hörst du mich? Die ist lustig. Übrigens wir haben ja den Chatbag jetzt. Das heißt wir können auch... Weitere Dimensionen erreichen und viel mehr. Quasi die Münzen, die wir davor nicht holen könnten, können wir mittlerweile holen. All right. Time to put that jetpack to good use. Ja. Oh. Geil, oder? Ja. Natürlich. Okay, this is definitely must be the right way, because you know, we haven't gone this way yet, you know? Boah, dieses Chatbag-Teil ist echt geil. Was ist denn da los? Ich mag sie. Ich mag irgendwie Swayze nicht so. Endlich gesagt. Zack. Aber die mag ich besonders nicht. Ich mag sie jetzt. Oh, wow. So, Goose. Nice. Wolf. Was schießt denn auf mich wieder? Oh Gott, ey. Kommt mir von der Seite. Oh Gott, ich kann das schreien. Wow. Hahaha. Der ist selber runtergefallen. Ähm. Warte mal. Ah. Boah. Jetpack ist echt Hammer. Ja. Was ist los? Was sind sie denn hier? Ich höre die schon. Boah. Hammer's jetzt. So. Sehr schön. Okay. Alles klar. Das brauchen wir nicht unbedingt. Wir haben alles gestoppt. Okay, gut. Weiter geht's. Ja, ja. Kack. Kack weiter. Was denn? Okay. Okay. Whoa. 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 Schildkneiden. Schildkneiden. Scharfschützen. Ja. Ja. Es gibt jetzt Scharfschützen. Haha. Fuck snipers. Genau. Haha. Wir haben jetzt ein Jetpack. Wir haben jetzt keine Angst mehr vor gar nix. Wir können fliegen. Wir können fliegen. Wir können fliegen. Zipline. Ah. Zipline. Zipline. Okay. Das schaut irgendwie leer aus. Das brauchen wir. Oder auch nicht. So. So. I kind of know. But. I'm just making small talk right now. You know. I'm just trying to. I'm just trying to fill the dead air. It's really uncomfortable. I mean. Don't get mad at me. If what I'm saying. Isn't that interesting. Because. Kenny. You're the bounty hunter who helped us out with all that paper. You. My boss. Crubus. You're going to sit off the alarm. Yep. I'm going to sit off the alarm. We've got an intruder. Oh. Verräterin. Was ist das denn für ein Ficht? Aua. 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 We have no fear. We have no fear. We have no fear. Zack. Zack. Weg. Keine Chance. Let's give him a globs. Who the hell would design an elevator like this? Yeah. I'm going to fall. I'm going to fall. You're pretty good at elevator fights. Thank you. Zacky Zacky. Oh. 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 Das war's mit euch. Ja. Haben wir's jetzt geschafft? Diese komische neuartige Schutzflücher, die über deren Kopf liegen. Ah, jetzt bist du fällig. Wow, 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 wow. Das hat mich so hart getroffen. Alter. Okay, 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 das ist ziemlich brutal. Ja. Oh, ihr werdet mir nicht entkommen. Da ist noch einer. Wo ist noch einer? Hör doch was. Keine Ahnung, ich höre nicht. Äh, ich meine, ich sehe nicht. Hier kommen wir nicht weiter. Kann es vielleicht sein, dass irgendjemand verpackt ist? Ich weiß nicht, was das war. Okay, von mir aus, ich weiß nicht, was das war. Das ist ein menschlicher Schädel. Schrecklich. Brutal, was die hier treiben. Was ist mit dem? Okay, bei welchem Button? Und jetzt? Ja, wir haben gerade jemanden umgebracht. Können wir jetzt hier rein? Wer schreit hier rum? Unsere neue, geile Waffe. Eventuell die beste Waffe. Es schaut zwar schrecklich aus, Irgendetwas fällt da oben. Kann ich jetzt endlich weiter, bitte? Meine Güte, man, das Gelaber hier. Ja. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Äh, Kreaturen? Tha- 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 Das ist ein Name? Ich glaub. Ja. Oh, hey, wir lern. Das ist egal. Nicht schrecklich oder nichts. Ich kann jetzt ein paar kleine Dürfen und kann es die bisschen Die Tür dring. Das ist egal. Oh, ja. Ah, Musik. Ich schärt mich. Es ist der ein Hund. Der deformation uns in den ganzen Familie. Ich schrecklich. Das wäre ein Buch ist bei der Welt. Dann ein paar Sekunden später, Oh, war das nicht geil? Die Waffe voll in Action. Ah, die Waffe ist doch herrlich, oder? Ah, ähm, 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 ähm. Äh, ja. Okay. Da können wir nicht hin. Ist auch egal. Aber hier. Okay, das brauchen wir nicht mehr. Ah, das, das schaut wie dieser, dieser Wurm von, ähm. Von der Wüste, wo wir Douglas erledigt haben. Eklig. Wahnsinn. Okay, hier waren wir. Habe ich, äh, was habe ich denn übersehen? Zwei Stunden später. Okay, wir haben jetzt alles untersucht und ich hab's gefunden, endlich. Wo wir hin müssen. Sie, Dipschit, I always get you into the cool secret room. Oh. Schön. Ach ja, stimmt's. Wir haben ja dieses coole Teil bekommen von, äh, Magistrat. Und somit können wir auch die Menschen auch retten. Oh, hier habe ich übersehen. Okay. Okay. Okay, ich war ein bisschen verwirrt. Bis ich es gefunden hab. Aber ich hab's geschafft. Es war ein bisschen kompliziert. Aber, es geht schon. Komm schon. Hey. So. Und so. Zack. Jetzt kommt das Geilste. Jetzt kommt das Geilste. Wir müssen gar nichts machen. Die Arbeit erledigt sich ganz von alleine. 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 Gott, es ist so fucking annoying, wenn sie heilen. So, so einfach geht das. Und er ist erledigt. Okay, sehr schön. Das hätten wir. Ja, du bist nicht in einer Position, mich anzuschießen. Okay. Okay. Wahnsinn. Okay. Das hätten wir auch. Wow. They usually put me in an airtight crate whenever they take me outside. I really liked it. Ist die Waffe nicht Hammer? Hey, hey, this is fun! Okay. 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 Ich liebe die Waffe. So und jetzt können wir auch ein paar Menschen retten. Weg mit euch. So und alle weg. Bitteschön. Viel Spaß. Ist das unser erster Boss? Das sind drei Brüder. Nicht vergessen. Ja du bist so cool mit deiner Unterhälfte die weniger ist. Ja du bist so cool. Ja du bist so cool. Wow wow. Wow 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 wow. Ach du scheiße. Wow ich hatte nur noch. Ich habe nur noch einen. Eins. Ja das war knapp. Der ist abgehauen, der Pisser. Da hat wohl jemand Angst gekriegt. Für uns geht's weiter. Was für Regroup? Ich mag diese Geschenke überhaupt. Die Partnick, ich seh sie denn. Mann. Hahaha. Hahaha. Warum was jetzt mit diesen scheiß Krabben? Okay. Malen. Jawoll. Hahaha. Gut. Gus, du bist dran. Was greift mich denn an? dels. Jäger. Töger. Töger. Hier ist doch ein Krabben. Guck. 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 Okay, fahre wir es jetzt? Hat er kaum mit dem Arsch gefachelt oder was? Raum, ganz kurz, Orientierung. Kuss, du bist dran. Ich mach mal hier so Platz, ich hab keine Zeit. Wir brauchen ein paar Mite-Spray. Ich weiß nicht, ob du das machst, aber ich kann dir helfen. Das ist Angelas Skrindle. Wann ich kürze? Oh, verdammt. Der Bounty Hunt ist hier. Angela ist weg. Ich hab dich verabschiedet. Bye, Angela! Es geht wieder los. Ich habe wirklich richtig gefachelt. Ich habe wirklich 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 gefachelt. Oh, nein! Ich habe wirklich gefachelt. Ich habe wirklich gefachelt. Oh nein! Die sind... ...bisschen stärker So, hab ich euch jetzt alle? Ah, Gorn jetzt! You know how many of you guys we killed? That's a lot! Oh! I'm gonna eat that bounty! Out! 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 sehr schön. So, dann hätten wir auch, wollen uns noch vermissen. Oh, eine Karte, sehr schön. Gut. Hier können wir noch nicht rein. Oh, ich liebe die Waffe. Meine Güte. Hey, Brad. Was haben sie dich heute anzusehen? Ich glaube, es sollte Porn sein, aber es ist Alien-Porn, also ich weiß nicht. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich anzusehen. Ich meine, ich habe es geschafft, nach einem Zeitpunkt zu gehen. Ich bin ehrlich gesagt, jetzt habe ich es. Ich bin nicht sicher, warum sie mich anzusehen wollen, aber ich bin froh, dass ich es so glücklich machen will. Wie alle Tentaklen und die Bewegung... Oh, was ist das? Was ist das? Warum ist das hier? Ich versuche, zu abzusehen. Das ist wirklich anzusehen, aber ich werde es trotzdem schaffen, aber ich werde es trotzdem schaffen. Trust me, ich bin durch ein viel. Wie alle Tentaklen und die Bewegung, es ist, ich weiß nicht, es ist etwas wirklich... Gut, wir haben das Tor von der anderen Seite auch aufgemacht. Ja, erzähl mir keinen Schmarrn. Gut. Hey, Jordan! Hey, wer waren die kleine Leute? Ich weiß nicht, ich glaube, sie sind meine Kinder. Ich glaube, sie können sie nicht retten. Ah, okay, f*** mich, ich glaube. Ja, f*** mich, ich glaube. Ja, f*** mich, ich glaube. Das nächste Tor. Nein. Gut, dann gehen wir wieder da rein. Sind wir ein bisschen sinnlos gelaufen, aber okay. Gegen Pessos... ...hab ich nichts auszusetzen. Ja, ich bin nicht sicher. Hey, everyone! stop eating! Wir haben einen Intruder, um die töten! Hey everyone! Stop eating! Wir haben einen Intruder, um die töten! Ja, sch***, wir haben ihn verloren. Oh, die Jungs erledigen die ganze Dreckarbeit hier. Oh, was haben wir denn da? Ah, Moment. Natürlich. Bleib hier. Ah, er ist abgehauen. Da hat wohl jemand Schiss gekriegt. Was gibt's hier? Oh. Kann ich bei dir was kaufen oder nicht? Ich kann bei dem nix kaufen oder was? Ach komm, Alter. Ich dachte, ich kann bei ihm was kaufen. Okay, dann gehen wir zurück. Schon wieder. Oh, ich weiß nicht, ich will ihn. Vielleicht müssen wir einfach rausnehmen. Oh. 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 So, hab ich jetzt euch alle. Gut. Na du? Komm. Ja, ja, fuck you, auf geht's. Haha, Angela, du bist frech und eklig dazu. Was ist das? Was ist das? Jetzt schild mal. Wo ist Angela? Wow, 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 wow. Wieso triffst du mich? You really think I'm scared? Don't chug? Well, yeah, I mean, I mean, you almost right here. Yeah, I am still, but I mean, that in front. I got a trick hole, but I need to be you. Alright, here comes another thing, huh? Wise Angela. ja auch nicht mit corona zu beschissen schiss gekriegt oder was die waffe ist einfach ja und wann geht es eigentlich zu den chefs bis jetzt tun sie mir immer alle ausweichen das ist ziemlich und cool jetzt hat sehr schön so kenny mona screndel schon wieder so ein beschuss von keine ahnung was das ist schiss shit was läuft diese mona die eine verrückte okay ja ja Macht sie fertig. Shit. Hab ich sie? Was war das? Oh, mechie. Alle drei zusammen. Okay. Oh, ihr ekeligen Schleimbeutel. Wahnsinn. Boah, jetzt laufen sie alle zusammen. Oh, jetzt geht wieder los. Oh my God. wow 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 beruhigt euch oh diese schleimwelle Ja! Einen haben wir. Oder eine, keine Ahnung. Es geht wieder los. Okay, ich warte, bis sie getrennt sind. Und dann beschisse ich einen. Am besten. Das ist brutal. Wow, 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 ich brauche Schutz, ich brauche Schutz, ich brauche Schutz. Dringend. Die sind heftig, die sind heftig. Biene, komm her. Oder Wespe. Trennt euch jetzt. Ja, nur noch keiner übrig. Ja. Und macht jetzt wieder euren komischen... Oh, hör auf, rumzuspringen. Brutal das hier. Wo ist mein Babyding? Zack. Jetzt macht ihn Platz, macht ihn Platz. Oh, wir töten die Skrandals. Oh, wir töten die Skrandals. Oh, wir töten die Skrandals. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Also, von allen Gegnern muss ich sagen, die drei waren jetzt echt nicht leicht. Wir haben die DNA von allen drei jetzt. Und jetzt zurück. Kehre zurück nach Hause. Ja. Gerne. Oh, der Boss, der Bosse meldet sich höchstpersönlich bei uns. Das heißt, er ist ein Gebiss. Das heißt, wir haben einiges jetzt geschafft. Na du? Ich mache euch auch platt, Kollege. Wenn die Zeit kommt. Ja. Dann machen wir bestimmt irgendwann mal auch platt. Du laberst mir zu viel, mein Freund. Ich wüsste dir, dass ich dir einfach informieren würde, dass ich sicherlich, dass du sterben. Und dann wird es sterben. Das haben die anderen nicht geschafft. Meinst du, du schaffst es jetzt, oder was? Du wirst nicht mehr auf meine neue Base auf der Erde ohne die Power-Klose. Der Crash mit zwei Augen, die getrennt sind, ist ziemlich naiv. Ja, natürlich werden wir. Komm. Ich will... Geht. Ja, natürlich gehen wir nach Hause. Wo sonst? Ah. Ein Portal ist auch da. Perfekt. Ja, du hast die Skrindl-Brothers und Freitas wieder getrennt. Danke. Danke. Ja, was auch immer. Die Gummibärchen-Bande ist auch da irgendwie so nutzlos. Die können gar nichts. Jedes Mal, wenn die von G3 kommen, werden sie umgebracht, versklavt, zur Arbeit genötigt. Keine Ahnung, vielleicht tun sie die Gummibärchen-Bande auch die weiblichen Mitglieder zur Prostitution zwingen. Nerv mich nicht, Gene. Nerv mich nicht, Gene. Lieferung. Zack. Jans. Okay, es reicht. Das ist jetzt anderweitig die Story hier. Anscheinend. Moment. Das ist der Freund von Lise, oder was? Ist das dieser Twig? Dieser scheiß Twigs? Egal, scheiß drauf. Gut. Wir haben auch das abgeschlossen. Sehr schön. Gut. Dann werden wir wohl nächstes Mal... Mit wem machen wir denn weiter? Kann ich nicht schauen. Es muss das ganze Gelaber hier durch. Gut, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es werden wohl noch einige Parts kommen. Und jedes Mal mit einem Boss, den wir vernichten werden. Definitiv. Es gibt kein Zurück. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal. Lasst Kommentare da, wenn ihr Fragen habt. Liked meine Videos, wenn euch die Videos gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Das nächste Mal. Ciao.